SC Online testen die Kandidaten Nummer 5 bis 8 auf ihre Titeltauglichkeit. Was wissen Sie zum Beispiel über den ersten Mr. Schweiz, den sie gegeben hat? Über André Roger Weiss? André Roger Weiss. Keine Ahnung. Roger Weiss. Aber nötig. Modesy. Bahnhof. Solltet man auch nötig. Und was kommt ihnen zum Stichwort Miss Schweiz in Sinn? Miss Schweiz, Linda Fell. Den Namen kann ich gar nicht sagen, aber er weiss nur, die vorhin ein Toiloi. Genau. Miss Schweiz, Titel. Schön jetzt. Linda Fell. Wie aus der Pistole geschossen. Schliesslich ist Linda Fell an Fabian Bertschi seine Traumfrau. Und von was für Frauen träumen seine Konkurrenten? Was geht, Bruder? Mit Kyra Naiki vielleicht. Wenn der Charakter stimmt und dass er stark ist und es passt, dann ist das Anderen sowieso gut. Charakter, damit kann man auch an den Mr. Schweiz wahlen punkten. Aber ein wenig Sexiness schadet nicht. Mit Kyra Naiki. Mit Kyra Naiki. Mit Kyra Naiki. Bis zum nächsten Mal.